Morgenandacht von Reinhard Hirtler, Epheser 2, Tag 1. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Machen wir weiter mit Epheser Kapitel 2, Vers 1. Dann sehen wir, wie weit wir kommen. Vers 1 Und seine Fülle füllt euch, Wie schön die Passion-Übersetzung das ausdrückt. In anderen Versionen heißt es zum Beispiel so Und er hat euch, die ihr einst in Sünden und Übertretungen tot wart, auferweckt. Mir gefällt jedoch die malerische Sprache, die die Passion-Übersetzung hier verwendet. Seine Fülle füllt euch. Was würde passieren, wenn du gerade jetzt diese unglaubliche Offenbarung hättest, dass die Bibel wahr ist? Welch eine Offenbarung? Da wir glauben, dass die Bibel wahr ist, bedeutet das Seine Fülle erfüllt dich. Das heißt, dass du gerade jetzt voll von der Fülle Gottes bist. Was bedeutet das? Das heißt, dass in dir ganz und gar Gott ist. Schau, wenn du die Straße entlang läufst und Kranke siehst, musst du dann stark sein, an dem Tag viel in der Bibel gelesen und gebetet haben, um sie heilen zu können? Nein, es hat nichts mit dir zu tun. Es hat mit dem zu tun, was in dir ist. Diese Wahrheit müssen wir in unserem Herzen erfassen. Jedes Mal, wenn ich auf mich schaue, versage ich. Wenn ich auf mich selbst schaue und auf meinen Zustand, in dem ich mich heute befinde, geschehen normalerweise keine Wunder. Ich kann dir gar nicht sagen, bei wie vielen Gelegenheiten ich eine Not gesehen habe. Jemand, der krank ist, im Laden, im Restaurant oder an einem anderen Ort. Es klingt vielleicht ein bisschen seltsam, aber wenn ich mich an einem öffentlichen Ort befinde und jemanden sehe, der offensichtlich krank ist, werde ich ganz aufgeregt. Denn ich liebe es, wenn Jesus seine Kraft an öffentlichen Orten freisetzt. Was geschieht? In dem Moment, in dem ich eine solche Situation sehe, höre ich absichtlich auf, an mich selbst zu denken. Ich aktiviere den Glauben Gottes in mir, indem ich mich auf die Fülle, die in mir ist, konzentriere und nicht auf mich selbst. Dann ist es so einfach. Es ist wirklich einfach. Ich bleibe einfach stehen und sage, Entschuldigen Sie, darf ich kurz mit Ihnen sprechen? Ich sage, Ich sehe, dass Sie krank sind, dass Sie einen Unfall hatten oder dass Sie Schmerzen haben. Normalerweise sage ich Ihnen, ich weiß nicht, ob Sie an Gott glauben oder nicht, aber das spielt keine Rolle. Er will Sie heilen. Ich liebe es, wenn ich mit Daniels Frau, Annalicia, in Restaurants bin, weil ich dann immer sage, Ah, ich sehe, dass Sie ein Problem haben. Ich habe eine Ärztin hier. Denn Annalicia ist Ärztin. Natürlich öffnen die Leute ihr Herz. Ich sage dann, Die Ärztin glaubt, dass Gott Wunder tut. Ich auch. Dürfen wir für sie beten? Ich kann dir gar nicht sagen, wie oft wir die Kraft Gottes an sehr ungewöhnlichen Orten haben wirken sehen. Weißt du warum? Weil ich, während ich scheinbar einfach nur da sitze und esse oder spreche, in meinem Inneren eine Unterhaltung führe. Seine Fülle ist in mir. Dann muss ich nur noch lernen, meinen Glauben an seine Fülle in mir zu aktivieren, nicht meinen Glauben an das, was ich tun kann. Sobald ich das tue, fließt die Kraft Gottes. Mein lieber Freund, egal, was du heute fühlst, egal, was du jetzt gerade durchmachst, egal, was deine Vergangenheit ist, ich möchte dich wirklich ermutigen, um zu glauben, dass es sei eine Fülle Gottes gibt, die dich in diesem Moment erfüllt. Das ist es, woran du glauben musst und womit du dich verbinden musst. Dann kannst du sie im einfachsten Glauben einfach freisetzen. Wie setzt du sie frei? Du triffst einfach die Entscheidung, es aus deinem Mund, aus deinen Händen fließen zu lassen. durch den Glauben. So viele Menschen versuchen, das Geheimnis des Übernatürlichen herauszufinden. Das kann ich nachvollziehen. Ich lehre über das Übernatürliche. Ich verstehe, dass es bestimmte Prinzipien gibt, nach denen wir zu leben lernen müssen. Das verstehe ich. Aber nenne mir eine Sache, die mächtiger ist als Gottes Fülle in dir. Es gibt kein größeres Geheimnis. Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Was mir daran auch gefällt ist, dass der Einzige, der die Herrlichkeit bekommt, derjenige ist, der dich mit seiner Fülle erfüllt hat. Das sind nicht wir. Es ist seine Fülle, die uns füllt. Darf ich dich ermutigen? Diese Fülle verlässt dich nicht, wenn du etwas verbockt hast. Sie ist immer da. Lerne einfach, ihr zu vertrauen, an sie zu glauben und sie freizusetzen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.